Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 22. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 621 und ich habe heute die folgenden Themen für euch. Ungarn, Luxemburg und Island, Steve Jobs, Nintendo, Instagram, 90 Tage und Facebook. Zuallererst starten wir mit den drei genannten Ländern. In denen gibt es zum einen seit letzter Woche in Island und seit dieser Woche, respektive gestern, um genau zu sein, Luxemburg und Ungarn, die jetzt auch mit Apple Pay bezahlen können. Somit sind es 36 Regionen und oder Länder, die mittlerweile mit Apple Pay bezahlen können weltweit. Leider aber halt hat sich nicht gross daran geändert, auch in den beiden neuen, also Ungarn mit einer Bank und Luxemburg mit gerade mal zwei, drei. Ist schon eher ein bisschen mau, aber ja, zumindest es funktioniert und die Banken werden es auch noch lernen und auf den Zug aufspringen. Ich freue mich ja immer noch, wenn nach der CS die nächste grosse Bank hier in der Schweiz auf den Zug aufspringt. Ach ja, ist ja schon passiert, Boloas, die alte, was war das, Berner Soloturner, keine Ahnung was. Auf jeden Fall eine aus meiner Region hier ansässige Bank hat jetzt mittlerweile auch mit Google Pay und eben Apple Pay und all die möglichen anderen Dienste mit integriert. Es werden also immer mehr. Auch zum Thema Bezahlen habe ich eine Neuigkeit gefunden, die gestern rumgegurkt ist oder in der Nacht ein bisschen rumgegurkt ist und deshalb heute sehr passend ist. Ja, anscheinend hat Steve Jobs schon damals, also nicht nur Steve Jobs, aber Apple damals schon nachgedacht, eine eigene Kreditkarte auf den Markt zu bringen. Was heisst damals? Das war im Jahre 2004. Ihr mögt euch erinnern, damals war iTunes und iPods das grosse Ding, was Apple da hatte. Also neben den MacBooks logischerweise, aber damals gab es noch kein iPhone und Co., kein iPad und all die anderen Geschichten nicht. Und wie hätte das funktionieren sollen? Na ganz einfach, ihr habt dann eine Apple-Kreditkarte, mit der ihr bezahlt und bekommt dann da Prozente, je nach Menge, die ihr einkauft. Und könnt euch dann für die Prozente und die sogenannten iPoints kostenlos Musik aus dem iTunes Store kaufen. Das wäre doch toll gewesen. Da hätte ich auf jeden Fall sofort mitgemacht. Da hätte ich einiges an Musik deutlich günstiger kaufen können damals. War übrigens auch damals schon im Gespräch mit Mastercard, wie es ja auch in diesem Jahr dann im Sommer starten wird. In der letzten Woche, ich hatte es gar nicht reingenommen, weil es irgendwie zu knapp gekommen ist damals, gab es ja die Neuigkeit, dass Sony einen neuen Cloud-Partner hat und das ist Microsoft. Und das soll anscheinend, das kam ja auch erst ein paar Tage später, also somit glaube ich gestern erst raus, dass bei den Gesprächen nur die obersten Bosse von Sony mit dabei waren und keiner aus dem PlayStation-Team. Denn die dürfen mittlerweile jetzt ihre Daten quasi beim Konkurrent abspeichern. Das hat ziemlich lustige Gespräche gegeben, kann ich mir vorstellen. Wie jetzt aber bekannt wurde, soll Microsoft auch mit Nintendo in Gesprächen sein, dass die ihre Cloud auch dahingehend auslagern. Und die arbeiten ja schon seit Jahren fröhlich miteinander. Unter anderem haben es ja Spiele, die geräteübergreifend, also konsolenübergreifend funktionieren. Das, was ja mit Sony nie so getan hat. Logisch sind auch die Grössten und die möchten natürlich nicht verlieren. Mal schauen, wer dann auf längerer Sicht gewinnt. Aber das ist nicht das Thema heute. Wie gesagt, die Cloud von Nintendo könnte nächstens auch ausgegliedert werden. Das wäre auf jeden Fall spannend und vielleicht könnte dann Nintendo endlich auch Cloud Gaming oder Internet generell. Das ist ein Ding, was der Jan in der Spielefolge immer sagt, es nicht gibt. Weiter geht es mit Instagram und da ist anscheinend ein millionfacher Datenklau begangen worden. Von Influencern und Prominenten sind Daten im Netz gelandet und zwar nicht nur Accountdaten, sondern vor allem auch Accountbiografien, Profilbilder, Anzahl Follower, halt die ganzen Zahlen, die man so hat. Aber auch private Dateien, Standorte, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Kontoinhaber sind da drin gelandet. Facebook weiß aktuell nicht, warum das passiert ist und kann sich das auch nicht vorstellen. Man hat aber herausgefunden, dass das die Chatter, 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 wie man es auch ausspricht, Box, der Dienstleister dahinter, die Datenbank anscheinend besitzt und damit gewisse Dinge hat herausfinden wollen. Und ja, ziemlich unschön, vor allem weiß Facebook nicht, wie eben die Firma oder wer auch immer an die ganzen Daten gekommen ist, weil es sind ja doch Dinge, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich sein sollten. Punkt, 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 nochmal, liebes Facebook, es kann doch einfach nicht sein. Macht eure ganzen Server dicht und vor allem die Profile. Das kann mittlerweile oder nimmt mittlerweile irgendwie kein Ende mehr mit diesen Lags. Ja, zu guter Letzt gibt es ein bisschen ein Aufschnaufen in alle, die am Sonntag oder respektive logischerweise dann am Montagmorgen in der Daily gehört haben, dass Huawei Smartphones keine Updates mehr bekommen. Und zwar ab sofort. Das Ganze wurde jetzt leicht gelockert von der amerikanischen Regierung, vom US Department of Commerce, genauer gesagt. Die haben Huawei mittlerweile einen Zeitraum von 90 Tagen eingereicht, in dessen Zeit sie mit all den Firmen, über die sie kooperieren in den Staaten, genaue Lizenzverträge und so weiter aushandeln müssen. Und ja, vor allem die Firmen, die mit Huawei kooperieren und eine der 68 Unterfirmen von ihnen, Ja, die müssen offenlegen, weshalb sie genau mit Huawei kooperieren und bla bla bla. Ja, wir werden es sehen. Es habe ich, ich habe es ja schon angekündigt, das Ganze ist ein großes Kräftemessen und wer der Sieger ist, zumindest wer der Verlierer ist, wissen wir leider schon. Und das ist der Kunde, wer der Gewinner ist, das werden wir dann noch sehen, sofern es da einen gibt. Ja, das waren es, die Themen, die ich heute für euch habe zusammensammeln können. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den heutigen Mittwoch. Euch viel Erfolg und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Donnerstag dann wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.